Musik 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 Und BAM Musik 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 Alter, das ist viel zu viel Wodka I got it Was ist mit dem los? Musik Musik Viel zu früh am Morgen Boah Ähm 5.33 Ähm Fucking 31.12. Yeah In Facebook ist wie immer Nur Haufenweise Dünnschiss Wuuu Wuuu Es ist schon hell, Schnee ist keiner am Start Musik 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 Wir werden noch etwas Bier kaufen Und dann verbringen wir hoffentlich chillige Silvester Selki, was machst du da? Nein! Ich glaube sie mag mir nicht Hahahaha Sie mag schon? Was machst du? Party! Trinken! Reden! Trinken! Sie hat ein Mustache bekommen! Über die Augen! Augen, das sie sehen! Frauen kosten Geld! Ok! Spielen in der Stoffen! Ok! Könnten Sie denn noch irgendwelche Weiterleitungen an einen bestimmten Servicedienst leisten in der Region Vorarlberg geben? Sag ich mal, du bist weich in der Birne oder wie? Ich würde ja wohl nicht meine Special Editions verraten. Die Special Editions? Ja, das dauert 10 Jahre lang, bis man mal so weit ist. 10 Jahre? Also vergiss das! Cello, was machst du gerade für mich? Cello, erzähl! Ich bring jetzt einem kranken Buben mit Zucker und Tasse! Lieb, Alter! Ok, und was setzt sich da zusammen? Ein Tee ohne Alkohol! Ohne Alkohol? Ich trinke keinen Alkohol, das stimmt! Java! Wir haben hier einen guten Früchtetee mit Zucker Ich riss dich zusammen da, gell! Dein Chef hat gesagt, ich muss dich filmen, wie du das machst! Zeig einmal! Nehmen wir da die kleinen weißen Ok! Aber wir haben doch coolere auch noch! Stimmt, hast recht! Gibt's nichts Farbiges! Und jetzt kommt das Highlight! Das Highlight! Wow! Und dann hat man nachher die Metallvergiftung! Das ist ja ultra spezial! Wow! Wow! Geil! Ich mag so keinen Kuchen, aber irgendwie sieht's trotzdem sexy aus! Wow! Wow! Ist das bunt? Das ist aber pervers, oder? Jetzt geht's zu! Das übertreibt sich aber schwer! Wow! Ist das geil! Das gibt's ja gar nicht! Absolut, weisst? Absolut! Ist das ein Dream Ride Sound? Ja! Oje! Das wird ja was! Wenn ich voll ins... voll ins... äh voll ins Bier herkommt! Damn, Alter! Alter, das ist viel zu viel Wodka! Nein, 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 nein! Das ist für deine Gesundheit, Bruderherz! Alter, was? Bist du behindert? Alter, bist du auch geraucht, Mann! Ja, absolut! Absolut! Ja, du brauchst schon! You know it! Gutes neues Jahr, Mann! Sie riefen das Fleisch! Damn! Was ist die da für ein Kot? Oh! Das Feuer ist fein! Yeah! Litt! Was flüstert? Grüezi fix! Ja, scheiss Nachbar! Eben, ich fresse! Und sie klettert! Nein, ich mach kein Foto, ich mach ein Video! Ich bin ein alter Filmer, weisst? Oh! Yeah! Was? So fucking beautiful! Cello, du hast einfach gefilmt, wenn du eine blöde Fresse hast, weisst? Das ist kein Ding! Du kannst auch das alles blenden! Das ist kein Ding! Perfekt belichtet! Hallo! Du hast jetzt echt Pornos an Silvester, kurz davor! Jetzt genau! Machst YouPorn auf! Solides Spiel auch, Freunde! Kannst du schon? Mir ist das Wurst! Bitte! Hallo! Dass ich die gerne filmen würde! Ich filme die auch! Das passt gut! Aber tu bitte das Holz gescheit da rein, weil... Das Holz liegt schon! Ja, das ist aber nicht schön, Alter! Hast du eine Bombe? Ja! Was für eine Bombe hast du? Ja, zwei! Zwei Bombe? Oh! Schau mal! Lass mal die Rakete! Lass mal die Rakete! Das hat sehr ängstlich gelungen! Ja! Wieso? Bist du so ängstlich? Vertraue mir nicht, wenn ich die Rakete reinwirfe! Das geht sehr gut aus! Nein! Wie ist es so mit der Belichtung? Passt das alles? Und du bist zum Glück dunkel! Sie netter! Oh, jetzt hat er KTM gestartet! Jetzt muss ich rum! KTM Power! Angriff! Jetzt ist KTM wird ausgepackt! Ich komme! Cello! Was machst du da? Erklärst du mir das mal? Was du das wieder aufführst? Nichts! Dann lernen wir uns nicht! Was du lernen gemacht! Was ist das für ein Bike? Ist das jetzt eine Kawasaki? Eine Kawasaki! Ganz bestimmt! Eine Kawasaki-Joppa-Nenio! Ist das? Okay, so sieht es nämlich aus, Mann! Ich bin ganz stolz davor! Okay, erklär uns etwas über den Beak! Der Beak! Der Beak! Der Beak! Wie ihr seht! Sabi hat recht! Ich bin die Größte! Und alles ist weins! Habe ich alles mit meinen Händen gedreht! Ah! Juuu! Und habe fast alles eingestapelt! Fast! Warum nicht alles? Hä? Warum? Sabi! Warum? Weil der Cello schneller war! Der Cello war schneller? Ja! Sollen wir uns jetzt noch zusammenschlagen? Nein! Du musst ihn loben! Nein! Ich will noch mal zusammenschlagen! Warum gibt mir keinen Grund zum zusammenschlagen? Für die Zuschauer, das ist... Ein Kartämchen! Ein Kartämchen! Es ist, glaube ich, ein Vorkriegsmodell! Aber für das Vorkriegsmodell schaut sie noch ziemlich sexy aus! Weil er sich mit Liebe behandelt hat! Cello, stand bitte vor deinen Schatzi rein! Und nicht das Schlumpf-Schatzi, sondern das Orange! Und... Also das war wieder mal so was von oberflächlich und dermaßen einfallslos! Weil im Schlumpf hat immer noch weiße Kappe und blaue Hautge! Und keine blaue Hautge! Und außerdem näht sich die Nuance immer noch mehr Jungfrauenblau! Okay? Ja, hallo! Hallo, Bubi! Hallo! Ja, komm raus! Ja, Cello, magst du dir nicht deine orange Schönheit vorstellen? Sehr geil! Es gibt keine Frau, die so gut riecht! Ja? Aber die Orange muss jetzt leider dahinterbleiben! Ja, Gau! Scheiße, ich habe so eine Schafkette, wo du so einen supercoolen Gesichtsausdruck gekettet hast! Okay, noch ein nächsteres? Ja, ja, ja! Schaf! Ihr Scheiße! Ich gehe jetzt zurück! Kabumm! Ey, so knapp an meinem Kopf ist die Rakete vorbeigelogen! Nein, das mag ich nicht noch! Mir ist seit 20 Samen auf dem Kopf explodiert! Dank deinem Clubmitglied! Yeah! Gott, es ist gerade eine sehr stilvolle Aufnahme! Es hat sehr romantisch, wohlfühlt und wärmend aus! Ich hätte nie in Birben gedacht, dass es 2017 so gemütlich endet! Ja, gerne! Ist doch geil, oder? Ja, hat was! Versuch's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit! Können wir das nicht machen? Aber Licht, weil das fehlen kann, oder? Ich zönde einen. Okay! Ja! 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 Was hast du vor, Alter? Cello, schon nochmal so cool? So eher was Schlechtes liegt! So eher was Schlechtes liegt! Boah! Du, das hast so cool aus! Ah, das hört psych aus! Yeah! Hey, der Boden vibriert mich da hier! Two-stroke Power! Boah! Boah, du Sauhund, du! Der ganze Gubb in die Fresse, Alter! Alle machen Feuerwerk! Was macht der Cello? Goddamn bashing! Wow! Ha, ha, ha! Woo! Wow! Yes, baby! Wow! Wow! Go me! Go me! Go me! Woo-p-poof! Eskalation! Good stuff! Untertitelung des ZDF für funk, 2017